Hallo zusammen, wir sind hier in der Bosch Finance Arena am Swiss Eishockey Media Day und wir gehen jetzt mal schauen, was die Gehlen hier unten machen. Vorher sehen wir auch schon die ersten, die schon gewisse Aufgaben gemacht haben. Salut zusammen! Ciao, Simon. Hallo Fischi, geht's? Gut, selber selber. Tipptopp, tipptopp. Lauft, läuft. Was hast du heute schon gehabt? Das Käffeli. Okay, was sonst? Du siehst gut aus hier. Ja, ungewohnt. Und wir haben heute eine Shooting mit Strelson, unserem Sponsor. Und dann haben sie uns so verkleidet. Ja, hier in der Gästengarten oben der Bosch Finance Arena ziehen sich die Jungs um. Und dann gehen wir jetzt mal schauen, weil die Dressmans sind zurückgekommen. Salut Bartsch! Salut. Wie geht's? Gut, Sal. Tipptopp. Du bist vorher auf dem Eis gestanden und die Drohne ist dir um den Kopf herumgeflogen. Wie war das? Ja, das war schon recht eindrücklich. Das war schon anders als früher. Früher gab es einfach Fotos mit der Rückwand und jetzt fliegen sie mit der Drohne herum. Schon noch speziell, aber die Frisur steht immer noch. Ja, das hat sie gut gemacht heute. Im Make-Ding-Ding hat sie es gut gemacht. Nein, ja schon. Die fliegt ihr da Meter um den Kopf. Das ist... Du musst fast ein wenig anstehen. Ja, ganz hinten hat Swiss ein Quiz gemacht. Das klingt noch gut. Können wir schauen. Nein, ich glaube, sie müssen dann noch ein Appel machen. Sag ich jetzt. Geil. Alles gut. Selber. Tipptopp. Was hast du jetzt gerade gemacht? So ein Quiz, das ich sangklanglos verlassen habe. Schreibe. Wie geht's? Ciao, hoi. Gut. Selber. Tipptopp. Du hast es einfach gewonnen, weil er dann nicht verloren hat. Klar gewonnen, ja. Tipptopp. Sehr gut. Sehr gut. Sorry. Wie hast du es? Gut, danke du. Tipptopp, tipptopp. Was hast du dahin gemacht? Ja, ich habe eine Quiz gefragt mit der Luftfahrt von Swiss. Ah, mit dem Sigi und dem Ägli. Ja, genau. Wie gesagt, er hat gewonnen und der Ägli hat ganz klauselt. Ja. Wo warst du inzwischen? Ich war der Schätzrichter. Ah, okay. Tipptopp. Hast du jetzt noch einen weiteren Auftrag? Nein. Für mich ist der Tag schon bald gelaufen. Hallo. Wie geht's dir? Gut, dir auch. Tipptopp. Danke, danke. Was machst du da gerade? Ja, ein wenig Sachen unterschreiben. Gerade Lieblings und Flaschen. Ja, und hier auf dem Eisfeld in der Postfinance-Rena ist noch eine weitere Station, und nämlich Portrait. Gehen wir noch schnell schauen. Ja, und das waren die Eindrücke vom Swiss Eishockey Media Day 2022. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Stancast unut », bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ab snakes Öl är 69, Musik GUs Oli,